Guten Abend, ich freue mich euch zu sehen. Im Chat habe ich bereits erspäht Marxi64, der offenbar aus dem schönen Bayernlande kommt, wenn ich das hier richtig interpretiere. Interessant, wo man mir ja alles zuschaut. Erik Manoli, Magan1, Doro, Susi und Negonaki sind noch bei Swafnir zugange. Für euch habe ich noch was, was ich nachher auf jeden Fall zeigen muss. Dysparginus und Achim Holz, euch alle sehe ich hier im Chat. Ich grüße euch alle, aber nichtsdestoweniger grüße ich natürlich auch diejenigen, die nicht in den Chat geschrieben haben und einfach nur ein bisschen zuschauen möchten. Gut, was kann ich erzählen? Zunächst einmal, was das Schreiben, also erstmal war ich tatsächlich ziemlich platt, was so noch die Nachwirkungen meiner Männergrippe anging. Ich dachte eigentlich letzten Donnerstag, es hätte sich schon weitgehend erledigt. Okay, es war auch tatsächlich am Abflauen, aber es hat sich dann noch mal etwas hartnäckig gehalten. Deswegen war ich nicht ganz so flott unterwegs, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber dennoch bin ich bei meinem Perry Roden Manuskript, das ich nun schreibe, gut vorangekommen. Im Moment ist es auch so, dass meine Taktung recht kurz hintereinander folgt bei Perry Roden. Das führt dazu, dass ich, jetzt überlege ich gerade, war das heute oder war das gestern schon? Ich glaube, es war heute. Also entweder heute oder gestern habe ich ein Manuskript, nämlich das zu der Konstruktor. Das ist der nächste Perry Roden Roman, der von mir erscheint. Dieses Manuskript habe ich aus dem Lektorat bekommen. Diesmal alles entspannt. Das ist ja manchmal, sind da so Faktoren, die dazu führen, dass alles ganz eilig passieren muss. Dieses Mal ist es nicht so. Da konnten wir wirklich in Ruhe nochmal drüber schauen über die vorgeschlagenen Änderungen und überlegen, ob das jeweils die beste Lösung ist. Und ich schreibe gerade an dem darauf folgenden Manuskript aus meiner Feder für diese Serie und bin da auch schon zu zwei Mitteln durch. Da bin ich allerdings ganz, ganz satt vor dem Abgabetermin. Also das ist, das läuft da sehr erfreulich. Es ist ja auch so, dass das für mich ganz günstig ist, weil wir bald die Autorenkonferenz haben. Und da tritt man ja dann dem Chefredakteur in persona unter die Augen. Und wenn man da dann sagen kann, läuft alles gut, ich habe überhaupt keine Probleme, immer alles smooth, dann ist das natürlich immer ganz angenehm. Nemaninka, ich bedanke mich für 15 Monate Abo auf diesem Kanal. Herzlichen Dank, das erinnert mich immer diese Meldungen daran, wie lange ich das hier schon mache. Kommt mir gar nicht so vor. Es ist für mich immer noch so, dass das sich anfühlt als etwas recht Neues, dieses ganze Streamen. Hydos Golem ist zu uns gestoßen. Ich glaube, dich wird auch interessieren, was ich in Sachen Philae-Song gleich mal vorzeigen kann. Könnte ich mir so denken. Maxi 64, hoffentlich geht es wieder besser. Ja, also es geht wirklich deutlich besser. Ich schlafe nachts durch und ab und zu löst sich nochmal ein bisschen was. Aber es ist jetzt nicht mehr so der große Hustenreiz da. Naja, Negonaki-Krankheiten, die sich lange halten, sind nervig. Ja, meine Oma sagte immer, die beste Krankheit taucht nichts. Dem kann ich mich nur anschließen. Satir Yu, hallo. Schön, dass du da bist. So, also schreiben. Derzeit Perry Roden. Mein Plan ist, dass ich spätestens am Montag da durch sein sollte damit. Und dann, achso, das ist auch noch etwas Besonderes. Dann habe ich heute nämlich Post bekommen vom terranischen Club Eden. Eventuell erinnert ihr euch, da gab es einen Story-Wettbewerb zum Thema Atlans vergessene Kinder. Und ich bin in der Jury. Ich habe also eine Zusammenstellung der eingeschickten Kurzgeschichten bekommen. Anonymisiert. Also ich weiß nicht, von wem welche Geschichte ist. Will ich auch gar nicht wissen. Also ich soll das ja objektiv beurteilen. Ich bin noch nicht der Einzige in der Jury. Der Rüdiger Schäfer ist da zum Beispiel noch drin und noch so ein paar andere Leute. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit, uns die anzuschauen und da unsere Wertung abzugeben. Ich bin da sehr gespannt drauf. Das mache ich nächste Woche. Also wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, wird das schon durch sein. Wenn wir uns das nächste Mal sehen. Sumpfgott chattet zum ersten Mal herzlich willkommen. Ist das etwa der echte, also der echte, echte Robert Corpus, der bekannte Sci-Fi- und Fantasy-Autor? Ja, ich glaube, das bin ich tatsächlich. Das glaube ich schon. Ja, also offenbar hattet ihr auch alle nette Omas, die euch schlaue Weisheiten weitergegeben haben. Nicht so schlau oder zumindest nichts für mich ist die Weisheit in dem viel gerühmten Buch Ulysses. Ihr wisst, ich bin seit einigen Wochen da dran. Ich habe das als Hörbuch im Wesentlichen gehört. Zwischendurch habe ich auch mal Passagen gelesen. Ich tue mich tatsächlich leichter damit, das gedruckt zu lesen, als das zu hören. Und ihr seht das Lesezeichen. Ich habe also immerhin ein Viertel geschafft. Gute 200 Seiten von guten 800 Seiten. Und ich werde es lassen. Es ist einfach. Innerhalb von 200 Seiten hat dieses Buch es nicht geschafft, mich zu interessieren. Muss ich leider so sagen. Ich hätte gerne gehabt, dass es mich interessiert. Ich lese auch grundsätzlich ganz gerne literarische Bücher. Also auch gerne mal so Hochliteratur zwischendurch. Obwohl mein Herz tatsächlich für Fantasy und Science Fiction schlägt. Deswegen schreibe ich das ja auch. Aber dieses Ding hat für mich das Problem, dass einfach nichts drin ist, was mich interessiert. Muss ich leider so sagen. Man kann das also, oder ich kann das ganz nett nebenbei so hören, wenn ich spazieren gehe zum Beispiel. Weil ja auch der Leopold Blum in dem Buch da spazieren geht durch Dublin. Aber es gibt, ich gebe zu, das ist eine Maxime der Unterhaltungsliteratur. Aber in der Unterhaltungsliteratur gibt es einen Fundamentalsatz, der eine Geschichte beschreibt. Und dieser Fundamentalsatz lautet, der Held verfolgt ein Ziel und hat Probleme, es zu erreichen. Heutzutage würde man natürlich, ich glaube aber, dass das immer schon mit gemeint war, sagen, der Held oder die Heldin ist ja völlig egal. Also von mir aus auch ein Roboter, eine Alien, eine Maschine. Auf jeden Fall die Hauptfigur möchte irgendwas. Und irgendwie ist dieses Irgendwas, was sie möchte, wichtig. Zumindest für diese Hauptfigur. Und das ist die Aufgabe des Autors, mir nahe zu bringen, warum das jetzt wichtig ist. Und dann versucht diese Hauptfigur, dieses Ziel zu erreichen. Und zunächst mal klappt es nicht. Also es muss irgendetwas passieren, damit man an sein Ziel kommt oder zumindest an den entscheidenden Punkt kommt. Von mir aus kann es ja auch gerne tragisch ausgehen und das Ziel wird dann nicht erreicht. Aber das ist so die Grundstruktur, jetzt würden andere Leute sagen, der Unterhaltungsgeschichte. Ich könnte jetzt auch provokant sagen, der Geschichte überhaupt. Das würde dann allerdings bedeuten, dass in diesem Buch hier keine Geschichte steckt. Die ersten drei Kapitel sind ja aus der Sicht einer anderen Figur, Stephen Dedalus. Und danach geht es dann eben um den Leopold Bloom. Und die laufen halt da durch Dublin, unterhalten sich mit irgendwelchen Leuten über irgendwas. Und das hat alles, scheint mir, weder für diese Figuren und erst recht nicht für mich als Leser irgendeine Relevanz. Es ist recht lebensnah, denn es ist ja auch im echten Leben so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt hier durch Köln laufen und würde verschiedene Leute treffen, die ich kenne, würde ich mich wahrscheinlich mit jedem von denen über ein bisschen was anderes unterhalten. Es gibt vielleicht Sachen, die öfter mal aufkommen. Also der Leopold Bloom ist am Morgen bei so einer Beerdigung. Und dann sprechen eben so ein paar Leute darauf an, dass er eben Trauerkleidung trägt. Okay, aber im Wesentlichen spricht man darüber, dass irgendwer, den beide gekannt haben, jetzt umgezogen ist oder irgendwie sowas. Ich kenne den aber nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, der da umgezogen ist. Es interessiert mich auch nicht. Es interessiert diese Figuren auch nicht. Die wollen dann da einen Pudding essen und dann geht es weiter. Also von daher, es ist ein zielloses Wandern. Jetzt hat offenbar, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, der James Joyce gesagt, es sei ihm ein Anliegen, durch diese Wanderung die Stadt Dublin zu verewigen. Also er hat wohl irgendwann mal gesagt, wenn jetzt die Erde Dublin verschlucken würde von einem Tag auf den anderen, dann könnte man hier Ulysses lesen und dann kann man praktisch durch die Informationen in dem Buch kann man diese Stadt genauso wieder aufbauen. Erstens natürlich maßlos übertrieben. Zweitens, was interessiert mich Dublin? Wenn mich Dublin interessiert, fahre ich nach Dublin. Warum soll ich dafür so einen Schinken lesen? So, nächster Punkt. Die Leute sagen ja, okay, das ist jetzt unheimlich interessant und weil sich das stilistisch so abwechselt. Verstehe, was damit gemeint ist. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Kapitel in einem anderen Tonfall geschrieben ist, zum Teil in einer anderen Erzählhaltung gehalten ist und sowas. Aber mir fehlt da wirklich die Substanz. Also dafür ist es dann zu dick. Also für so ein reines Sprachexperiment, da kann ich gerne, da meine ich jetzt gar nicht ironisch, ich kann da gerne mal 100 Seiten lesen, aber nicht 800. Und dann sind diese Betrachtung von einer Trivialität und Vulgarität geprägt, bei der ich mich frage, wie kann man das inspirierend finden? Also ich würde ja dann zumindest erwarten, dass da ästhetische Gedanken ausgebreitet werden. Nicht unbedingt im Sinne von schön und angenehm, aber irgendwie erhebend. Irgendwas, wo ich nicht selbst draufkomme. Die Verdauungsorgane meines Körpers habe ich im Griff. Also da brauche ich wirklich kein literarisches Werk, um mir das nahe zu bringen. Irgendein Ekel essen, das auch der Protagonist eklig findet. So eklig, dass er aus der Kneipe rückwärts wieder rausgeht und woanders was essen will. Ich brauche ja auch nicht über 20 Seiten beschrieben haben. Das interessiert mich nicht. Jetzt ist es aber ja so, Ulysses von James Joyce gilt ja als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Und dieser Meinung sind sehr viele schlaue Leute. Aber selbst wenn ich jetzt mal annehme, die haben alle recht und ich bin zu blöd. Also mir erschließt sich nicht, worin die Qualität dieses Buches liegt. Klammer auf, okay. Ich kann zugestehen, es ist bestimmt schwierig, sowas zu schreiben. Also von daher, es ist mit Sicherheit eine Leistung in dem Sinne. Kommt halt nur kein Ergebnis raus, das mich interessiert. Klammer zu. Also selbst wenn ich sage, ich erkenne diese Qualität darin nicht, obwohl sie da drin ist. Was hilft mir das denn? Ich habe jetzt echt keinen Nerv, 600 Seiten, die mir noch bevorstehen, darin zu lesen, in einem Buch, das mir nichts gibt. Entweder gibt es mir nichts, weil es wirklich nichts drin ist, was mich irgendwie interessieren könnte und was mir was bringen könnte. Oder weil es zwar drin ist, aber für mich nicht zugänglich ist. Wie auch immer, es bringt mir nichts. Und ich habe ja auch schon, das möchte ich zu meiner Verteidigung anführen, immer schon gesagt, die literarische Erfahrung entsteht im Wechselspiel zwischen dem gedruckten Werk und dem Leser. Und da entsteht für mich bei diesem Buch gar nichts. So, also, weg damit. Ich habe euch ja kürzlich schon noch gezeigt, was ich alles für tolle Bücher habe, auf die ich mich freue. Und irgendeines davon wird jetzt den Vorzug erhalten. Und dieses Ding wandert ins Regal. Dann kann ich bildungsbürgerlich damit protzen, dass ich es besitze. Und damit hat es dann für mich meinen Zweck auch erfüllt. Susi, Weihnachten ist vorbei, aber Ulysses schenke ich mir. Das schenke ich mir auch, das kannst du aber glauben. Christina Rossetti hat in den Nebunati beeindruckt. Ja, kenne ich nicht. Ich bin erst mal skeptisch. Was die Leute von den Inseln angeht. Aber das wird sich auch widerlegen. Wobei auch das erste Buch des Herrn der Ringe echt zäh für mich war. Judas Kolem. Kein Vergleich. Beim Herrn der Ringe sagt man häufig und durchaus auch zurecht, die Handlung schreitet über weite Passagen gemächlich voran. Und das stimmt auch. Man kommt mal so Liedchen. Man wird mal so ein Baum angeguckt. Und das kann dann auch mal länger dauern. Aber egal, was Kollege Tolkien da macht, es hat irgendwo eine Konsistenz. Ja, also es hat irgendwo oder eine Stringenz, wenn man so will. Der Gedanke an sich liegt nicht zufällig an der Stelle in dem Buch. Er ist in sich ausformuliert, wird auch zum Ende gebracht. Deswegen ist das ja auch manchmal so lang, diese Betrachtungen, weil das halt alles zum Ende gebracht wird. Und insgesamt schreit diese Geschichte doch voran. Und wenn wir noch mal überlegen, wir haben einen Protagonisten, Kollege Frodo, der hat ein Ziel, den blöden Ring vernichten und es klappt nicht sofort. Ja, also der Protagonist hat ein Ziel und hat Probleme, es zu erreichen. Ganz, das trifft da absolut zu. Und das kann man jetzt noch runterbrechen für diverse andere Figuren. Die haben da auch ihre Ziele und man versteht das irgendwo. Das wird einem nahegebracht. Und man kann begreifen, was die überhaupt so wollen. Und entsprechend kann man denen gönnen, dass die da Erfolg haben würden. Oder man kann befürchten, dass sie Erfolg haben. Auf jeden Fall kommt dadurch Spannung auf. So, und das kann man Kollege James Joyce bei Ulysses nun wirklich nicht vorwerfen. Also nicht nur nicht nur das bisher Gesagte, sondern es ist auch noch so, dass es einfach extrem sprunghaft ist. Also man muss da wirklich hochkonzentriert dabei sein, um nicht zu verpassen, wenn er von der Schilderung eines Geschehens abgleitet in irgendeine gedankliche Betrachtung allgemein philosophischer Natur oder vergangener oder möglicher zukünftiger Ereignisse, die in überhaupt keinem Zusammenhang stehen müssen mit dem, was da jetzt gerade dieser Figur widerfährt. Also, der Herr der Ringe ist eine ganz andere Nummer. Das kann man schon mal sagen. Dyspaginus. Vielleicht kann man das so lesen, wenn man sich kontinuierlich irgischen Whisky zuführt. Ganz im Ernst, das habe ich auch überlegt. Das habe ich tatsächlich auch überlegt, weil wenn man so beschwipst ist, dann sieht man ja über einige Inkongruenzen mal lässig hinweg. Aber ich glaube, so besoffen kann ich gar nicht sein, dass ich das gut finde. Also, würde ich jetzt mal vermuten. Negonati fand eher den dritten Teil schwer zu lesen beim Herrn der Ringe. Ich fand es tatsächlich etwas zäh in dem Moment, wo die da durch dieses, also wo Sam und Frodo durch dieses öde Land da tapern. Das fand ich auch ein bisschen öde. Rosetti, When I am dead, my dear, ist absolute Leseempfehlung. Kurzes Gedicht mit zwei Strophen, aber sehr schön geschrieben. Sie war 18 zu dem Zeitpunkt. Ja, nicht schlecht. Also, da fühlt man ja oft auch noch ohne Filter mit 18. Also, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das außerdem zwei Strophen, wenn das jetzt nicht zwei Strophen nach 400 Seiten sind, dann kann man sich das ja noch ganz anders zu Gemüte führen als so ein Wälzer da. Also, da habe ich echt, ich hätte das wirklich gerne gut gefunden und ich hätte das auch gerne in dem Sinne komplett gelesen gehabt, aber um es gelesen gehabt zu haben, muss man es ja erst mal lesen. Und da, dieser Preis ist mir zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was gibt es denn noch? Also, inzwischen ist für Sternenbrücke alles unter Dach und Fach, was die Übersetzung ins Holländische angeht. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der Verlag heißt. Ich werde es wahrscheinlich verkehrt aussprechen. dann, Ütge Vrei Mack. Ütge Vrei Mack. Da hat mich der Verleger angesprochen auf dem Sommer, ganz interessant vielleicht, wie das überhaupt dazu kommt. Man könnte jetzt ja denken, der Pieper Verlag hat sich da umgetan und hat da also einen Partner Verlag in den Niederlanden gefunden oder der Agent, er war da rührig oder sowas. Tatsache ist, der Verleger von diesem niederländischen Verlag, ist Periodenfan, hat schon ein paar mit Perioden im Zusammenhang stehende Publikationen in seinem Verlag für die Niederlande herausgebracht. Auch Werke von Uschi Zietz, die als Susan Schwarz schreibt bei Perioden. Und er war auf den Garching und er hatte tatsächlich, ich nehme an, weil er halt weiß, dass ich Perioden Autor bin, hatte er Sternenbrücke gelesen und fand das interessant und hat mich angesprochen, ob ich das für eine gute Idee halten würde, das dort rauszubringen. Und dann, danach, da lief dann eben einfach, weil die Rechte so verteilt sind, tatsächlich diese ganze Maschinerie mit Verlag und Agentur des Pieper Verlages für die Niederlande und so weiter, lief dann alles an. Deswegen hat das auch alles so ein bisschen gedauert, aber jetzt ist dafür dann auch alles so professionell geregelt, wie man sich das wünscht. Und ich werde am Samstag den Verleger ein inzwischen drittes Mal treffen und wir werden ein paar Promo-Fotos machen, damit wir dann die niederländische Ausgabe dann auch entsprechend positionieren können. Wir wollen auch probieren, es ein bisschen vorzustellen auf dem Eurocon, Science Fiction Europa Convention, die findet nämlich dieses Jahr in Rotterdam statt und möglicherweise gibt es da eine Gelegenheit, wo wir das vorstellen können. Und ja, also soweit ich weiß, hat auch die Übersetzungsarbeit schon begonnen, das heißt, ich gehe davon aus, dass es das dann auch bald gedruckt geben wird. Was es inzwischen auch in physischer Form gibt, das hat für mich einen gewissen Charme, weil es fast schon antiquiert daherkommt. Ihr wisst ja, ich hatte nochmal einen kleinen Gastauftritt bei Perry Roden Neo und zwar in der Affili-Staffel, da konnte ich gemeinsam mit der Marie Eriksson konnte ich ein Tassenhefte beitragen und die werden ja vertont. Also immer wenn die rauskommen, gibt es die schon als Download, aber es gibt auch immer eine komplette Staffel dieser Hörbücher in einer CD-Box und die ist gestern gekommen. Also hier sieht man das Titelbild des Auftakt Bandes und dann sind da eben diese CDs drin. Also wer gerne Hörbücher hört, man kann die natürlich auch im Download beziehen, aber man kann auch, wenn man das lieber mit dem CD-Spieler abspielen möchte, kann man das auch jetzt in der Komplett-CD-Box offensichtlich bekommen. man ist auch ziemlich viel Laufzeit. Ja, also 59 Stunden 15 Minuten kann man sich da Periode Neo reinziehen. Es ist tatsächlich so, dass diese Affili-Staffel rausgelöst ist aus der laufenden Handlung. Also da ist nämlich unser Sonnensystem abgekapselt, also keiner rein, keiner raus und die Handlung, da ist eben was Besonderes passiert und diese ganze Handlung spielt dann eben komplett da in diesem Sonnensystem. Und ja, also da, deswegen kann man das auch ohne, dass man die sonstige Serie kennt, kann man sich das reinziehen. Vielleicht noch ein Wort dazu, worum geht es denn da überhaupt? Es gibt einen Faktor, der dazu führt, dass die Leute, die innerhalb von diesem Schirm sind, also die da in dem Sonnensystem sind, seit vielen Jahrzehnten inzwischen keine Gefühle mehr empfinden können, außer Selbsterhaltungstrieb und Sexualtrieb, glaube ich. Ja, genau. Also sprich Mitgefühl und sowas, was so eine Gesellschaft zusammenhält, dass es alles wegkommt und das kann Perioden natürlich nicht gut heißen und muss der Sache auf den Grund gehen. Und ja, also von daher ist es durchaus so ein bisschen sozio-fiction-mäßig auch angehaucht. Ja, jedenfalls ich finde eigentlich ganz witzig, dass so eine Science-Fiction-Geschichte noch in so CD-Boxen daherkommt. Aber gut, ich muss eigentlich ganz ruhig sein, das erscheint ja auch im Heftroman und das ist ja auch ein, ich sag mal vorsichtig traditionelles Format. Klingo Games Kirk hat drei Monate mich abonniert, herzlichen Dank dafür und guten Abend. Olli 100 Questen ist bei uns, auch dir einen herzlichen guten Abend, ebenso wie dir Dorian. Marxi 64, wäre doch cool, wenn du mal einen Perry von dir als Hörbuch einlesen würdest. Das ist gar nicht so abwegig, wie wie es zunächst scheint. Also es ist natürlich immer in dem Sinne abwegig, dass ich kein Hörbuchsprecher bin. Also ich habe jetzt keine geschulte Stimme, die das also gut machen könnte, wo das also gut rüberkäme und so und von daher wäre das dann sicher für viele enttäuschend, die eben die professionellen Sprecher gewöhnt sind. Aber tatsächlich ist das Aufnahmestudio, das die Perry Roden Hörbücher macht, das 1A Medien, die sind hier in Köln, nette Leute, war ich auch schon mal zu Besuch, wirklich nett und tatsächlich hat auch der Leo Lukas, ein Autorenkollege von mir bei Perry Roden, hat mal eine kleinere Rolle in so einem Perry Roden Hörbuch selbst gesprochen. Ich weiß nicht mehr welches das war, aber da lag ihm irgendwie so eine Nebenrolle am Herzen und die hat er selbst eingesprochen und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf dem regulär veröffentlichten Hörbuch dann zu hören. Allerdings ist der Leo Lukas von uns allen auch derjenige, der am professionellsten sprechen kann, weil er ja so ein Bühnenkünstler ist und auch ein Sänger ist und da hat er natürlich dann entsprechende Erfahrung. Was ich euch noch zeigen wollte in Sachen Phileason, ihr kennt ja möglicherweise hier schon diese Phileason-Figur aus dem 3D-Drucker von Ulysses. Die habe ich schon recht lange, finde ich auch sehr, sehr gelungen und die gibt es auch in Klein, also das ist hier die große Variante, es gibt die auch in Klein und Bernhard Hennen hat Connections nach England, da sind wir wieder, zu einem speziellen Künstler, der sich also darauf spezialisiert hat, so ganz fizzelige Figuren anzumalen und das hat also Bernhard in Auftrag gegeben für den Mini Phileason und hat mir den geschenkt und deswegen besitze ich jetzt den dieselbe Figur in klein professionell bemalt. kann man das sehen, wenn ich jetzt hier mein Gesicht abdecke, stellt er vielleicht vorne scharf. Klappt natürlich nicht, vielleicht kann ich irgendwie hier den Ulysses missbrauchen. Ich fürchte, so richtig scharf mag er sich nicht stellen. Also gestreifte Hose, hier der Mund von dem Trinkhorn ist auch noch eine andere Farbe, also wirklich ganz, ganz liebevoll bemalt. Ich selbst konnte das nicht, ich hätte auch gar nicht das Werkzeug dazu, aber das ist natürlich schön und wo mich gar nicht mit gerechnet hätte, der große Rivale von Aslai Filiasson, den gibt es inzwischen in selbiger Form. Hier haben wir Björn, den Blender, der ist natürlich martialisch drauf, deswegen hat er Schwert und Axt, Schild auf dem Rücken, ordentlich fehl, Augenklappe, Flügelhelm, der ist natürlich, also macht schon was her. Also sprich, ich habe jetzt tatsächlich die beiden großen Recken aus unserer Filiassonsaga und ich bin wirklich beeindruckt, wie detailreich dieser 3D-Druck da funktioniert. Also das finde ich schon toll. Ich habe auch mal auf einer Convention, auf der Radcon im letzten Jahr, habe ich mal den Künstler kennengelernt, der da diese Modelle macht, also da diese Bildpunkte sind das ja nicht, aber also der dieses 3D-Zeug da entwirft und der muss dann ja wirklich, der kann ja nicht einfach sagen, macht da mal so ein Grusel, wo jetzt dieses Fell ist, man muss das ja schon genau definieren, dass das dann auch alles passt. Also das ist schon wirklich toll, finde ich. So, das heißt, ich habe die beiden jetzt hier versammelt. Ich weiß ja, dass Hydos Golem, der schreibt auch schon, das ist ganz schick, dass der selbst auch gerne mit dem 3D-Drucker was macht. Das heißt, der kann das wahrscheinlich noch viel besser würdigen als ich. Ich kann einfach nur sagen, das sieht halt toll aus. Aber was da so an Arbeit drinsteckt, da habe ich nur eine ungefähre Vorstellung. Der verbannte sozial, verkannte wahrscheinlich sozial Revoluzzer, ja, das ist der Text von Bernhard, das käme mir ja nicht über die Lippen, dieser Raubmörder zur See. Vielleicht sollten wir Beon mal die krasseren Auswüchse des Kapitalismus aufrollen lassen. Ich glaube, Beon ist der krasseste Auswuchs des Kapitalismus, den man sich vorstellen kann. Ja, Hydos Golem, es ist eine Heidenarbeit, das weiß ich, weil ich ja neben dem gesessen habe, der hatte den Stand neben uns auf der Radcon, dieser Künstler, und der war echt lange beschäftigt, damit so ein Ritter, war das in dem Fall, so ein Ritter-Modell zu machen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich hatte so den, also so, wenn ich mich richtig erinnere, hatte das komplette Wochenende nur an diesem einen Modell da gearbeitet. Aber das Schöne ist ja, wenn das dann einmal fertig ist, dann kann man das ja beliebig oft ausdrucken und hat dann da Freude dran. Klingo Games, genau, das war zufällig das Modell von dem Geschichtsfenster, richtig. Geschichtsfenster, interessanter Kanal auf YouTube von dem André, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, den ich auch ewig kenne, also nicht, wir sind jetzt nicht eng befreundet oder irgendwie was, aber diese ganze Fantasy Schrägstrich Mittelalter Schrägstrich Science-Fiction Szene, die ist doch sehr übersichtlich. Und fand sein Kommentar geil, dass er da festgestellt hat, dass er den Kurvus ja auch schon seit Jahren kennen würde, Jahrzehnten wäre sogar wichtig. Die Sache ist nämlich die, wir waren beide in diesem Fantasy Club gemeinsam und da habe ich schon Geschichten geschrieben, nicht, dass die jetzt besonders doll gewesen wären, aber das war halt, ich bin da mit 16 eingetreten und das war meine erste Möglichkeit, Kurzgeschichten zu veröffentlichen, das habe ich in diesem besagten Fantasy Club getan, im dortigen Vereinsmagazin und der Kollege, der heute Geschichtsfenster macht, der war natürlich auch da fantasymäßig aktiv, der hat aber damals schon gerne, wir nannten das Gewandungen angefertigt und getragen, also Verkleidungen, historische Verkleidungen und tatsächlich schon Vorträge gehalten, nicht im Fantasy-Bereich, sondern zu historischen Hintergründen, also wie war denn das mit Rüstung im Mittelalter und dann kann ich mich heute noch daran erinnern, da hat er uns dann erzählt, dass die zwar natürlich ordentlich was wiegen, aber dass man gar nicht so unbedingt merkt, weil sich eine gut austarierte Rüstung halt selbst stützen würde. Ja, also sowas wusste der, hat das da erzählt, damals dann vor 40 Leuten oder was und inzwischen um seine Videos weiß ich 40.000 Aufrufe oder so und er arbeitet da ab und zu auch mal mit Fernsehsendern zusammen und sowas und hat eben einen großen Fundus, deswegen jetzt nochmal der Bogen zurück zu diesen Figürchen hier, er hat einen großen Fundus an Waffen und Rüstungen und auch sonstiger Kleidung und sowas, was man halt so im Mittelalter so hatte und war dann so freundlich eben diesem Modelleur Rüstungsteile zur Verfügung zu stellen, damit er das dann da eben diese entsprechenden Punkte abnehmen konnte, so dass man da jetzt Figuren draus machen kann. Also so klein ist die Welt, aber das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er noch nie ein Buch von mir gelesen. Aber gut, dann hat er ja noch ein bisschen was vor sich. so, ich bin fast am Ende, ihr merkt, ich erzähle das heute alles etwas getragen, weil ich nämlich gar nicht so viel zu erzählen habe. Ich kann noch einen kleinen Ausblick geben, weil das heute bekannt geben wurde. In Bonn findet ja immer die FEDCON statt und die haben heute angekündigt, es wird im Mai, 10. bis 12. Mai findet das statt, wird es also die schöne Veranstaltung Battle of the Spaceships geben. Wer letztes Jahr auf der FEDCON war, der weiß, es gab ein Battle of the Aliens. Das darf man jetzt nicht so bierernst nehmen. Die Idee ist, wir stellen aus den Franchises oder Universen von Harry Roden, Star Wars und Star Trek jeweils Raumschiffe vor. Das schnellste Raumschiff, das schönste Raumschiff, das luxemmiöseste Raumschiff, das kampfkräftigste Raumschiff, das kleinste Raumschiff, sowas. Und wir werden natürlich darstellen, warum jeweils aus unserem Universum das Raumschiff da das absolut coolste ist. Und das Publikum kann dann per Applaus entscheiden, was denn da jetzt als Sieger in der jeweiligen Kategorie von der Bühne gehen soll. Roman Schleifer wird das moderieren. Ihr vermutet richtig, wenn ihr denkt, dass es mehr so eine humorvolle Veranstaltung ist, aber trotzdem lernt man dann natürlich ein bisschen Eigenheiten aus den jeweiligen Franchises kennen. In der Stadtbibliothek Köln haben wir auch sowas ähnliches gemacht. Da waren glaube ich auch einige von euch mit dabei und haben da unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Und so wird das da auch. Und ja, also ich freue mich da sehr drauf, weil das so eine witzige Veranstaltung wird. Außerdem wird Perry Roden auf der FedCon wieder den bewährten Präsentationsstand haben. Das war ja auch mit großem Interesse gesegnet, als wir das letzte Mal 2023 da gewesen sind. Das war auch das erste Mal, dass wir da waren. Also zweite Auflage und auch dieser Battle ist dann in dem Sinne die zweite Auflage nur eben statt mit Aliens dann mit Spaceships. Ningonaki, brauchst jetzt eigentlich wieder neue Autogrammkarten beziehungsweise neue Autorenfotos so ohne Bart. Habe ich heute tatsächlich überlegt, als ich dieses Foto gesehen habe, also von der FedCon, da bin ich ja doch mit Recht markant und Bart zu sehen und das ist tatsächlich ja auch so auf meinen Autogrammkarten. Ich bin am überlegen, mal gucken. Klingo Games Kirk, ich muss leider sagen, die FedCon, als ich mal da war, hat mich nicht so überzeugt. Ist nichts für jeden, ganz klar. Und nur ein interessanter Punkt im Programm reicht leider nicht für mich als Anreise. Und man muss auch sagen, das ist eine recht hochpreisige Veranstaltung, was eben daran liegt, dass die für ihr Publikum viele Stars aus Film und Fernsehen einfliegen. Und diese Stars, die leben davon. Also die müssen auch ordentlich Honorar dann auch nehmen. Und deswegen ist der Eintritt recht hoch und überhaupt ist da alles eher hochpreisig, wird aber auch recht professionell dort angeboten. Also das, was dort geboten wird. Aber was ich damit sagen will, einfach nur mal zum Spaß vorbeigucken, ob es denn was sein könnte, wird es für die meisten Leute dafür dann doch zu teuer sein. Aber natürlich kann man sich auf der Webseite informieren, ob jetzt speziell diese Stars denn jetzt interessant für einen sind. Außerdem habe ich den William Shatner gemacht und zugenommen, dass ich nicht mehr in meine Sternenflottenuniform passe. Das ist natürlich tragisch. Also viele Leute gehen dort kostümiert durch die Gegend und FedCon, der Name kommt von Federation of Planets, das ist also eigentlich die Hausveranstaltung der Perironen, nicht der Perironen, der Star Trek Fans. Aber Leute aus anderen Franchises sind da auch sehr willkommen. Hydrop School, denn die FedCon kollidiert leider mit dem Colonia Con. Ja, das ist schade, da ist Marxi 64 auch. Da werden wir uns aber dann trotzdem sehen. Ich mache das dieses Jahr so, dass ich am Freitag und am Sonntag auf der FedCon sein werde, aber den Samstag komplett auf den Colonia Con. Es geht ja auch das Gerücht, es sei der letzte Colonia Con. Ob das so stimmt, habe ich meine Zweifel, denn dieses Gerücht gab es schon öfter. Und bislang hat es noch immer wieder ein Colonia Con gegeben und dieses Jahr gibt es auch ein frisches Veranstalter Rinnenteam, ich betone das mal so, weil da viele Damen mit dabei sind, die sich engagieren und wenn die auf den Geschmack kommen, warum sollte es dann nicht einen weiteren Colonia Con in zwei Jahren geben, aber das ist jetzt einfach nur spekuliert, also ich habe nichts davon gehört, dass die das vorhin aber die Dr. Hukon in Kassel das ist bei mir in der Nähe, werde ich mir wohl mal angucken, Timelapse heißt die glaube ich, habe ich auch viel Gutes von gehört, ich persönlich werde ja etwas weniger auf Conventions unterwegs sein dieses Jahr und insbesondere seltener einen Stand machen, Timelapse genau genau und auch auf der FedCon auf der Colonia Con sowieso nicht, aber auf der FedCon werde ich auch keinen eigenen Stand haben, ihr werdet mich aber dann am Freitag und am Sonntag am Perry Roden Stand finden, wenn ich nicht gerade in einem Programmpunkt bin. Also von daher werden wir uns da sehen, können gerne miteinander ein bisschen schnacken, aber einen Stand werde ich, einen eigenen Stand werde ich da nicht machen. So, wenn ihr etwas wissen möchtet, etwas ansprechen möchtet, dann tut das gerne, denn ich habe schon gar nichts mehr. Also von daher kann ich nochmal gucken, ob denn irgendwer ist Hier sind alle neuen spielen. Er spielt im Spiel. Er macht wieder Musik, aber da habe ich euch schon so auf den Schick. Marxi 64 möchte wissen, was machen die Vagabunden? Bei den Vagabunden habe ich im Moment die Arbeit deswegen unterbrochen, weil ich den Perioden schreibe, werde die aber in Kürze wieder aufnehmen. Also da ist ja alles jetzt geregelt vom Gerüst her, wie das erscheinen wird und so weiter. Und wir sind gerade am überlegen, was die grafische Gestaltung angeht. Also das hat sich so ein bisschen verlagert, alles was so mit dem Inhaltlichen angeht, mit dem Text, mit der Textlänge, dem Erscheinungsrhythmus, alle diese Sachen, das haben wir alles geklärt. Und wir sind jetzt praktisch dabei, jetzt weiter die Umsetzung zu diskutieren, wobei man natürlich sagen muss, die grafische Gestaltung grundsätzlich ist erstmal die Hoheit des jeweiligen Verlages. Also von daher bin ich da in dem Sinne beratend tätig, während der Text ja im Wesentlichen meine Sache ist. Und da ist mehr der Verlag so beratend tätig. Aber das greift da gut ineinander, geht da Hand in Hand. Und das ist auch nach wie vor, wäre ja auch komisch, wenn sich das geändert hätte, mein Schwerpunktprojekt jetzt für das erste Halbjahr 2024. Immer mal wieder unterbrochen durch die Peri Rodens, die ich schreibe. Aber das ist das, wo im Wesentlichen meine Zeit reingehen wird. Und es ist auch tatsächlich so, ich habe dafür ja eine neue Welt entwickelt, eine Fantasy-Welt, in der das spielt. und ich merke auch, dass ich da immer leichter reinfinde, also dass sich immer weniger grundsätzliche Fragen stellen, sowohl was die Geschichte angeht, da habe ich ja, habt ihr eventuell letztes Jahr mitbekommen, zweimal komplett das Konzept umgeschmissen, das ist stabil jetzt und auch was so die verschiedenen Kreaturen und Spezies und Hauptfiguren und so weiter angeht, die also das es gibt zwar immer noch so Lücken, wo ich mir dann Sachen überlege, aber ich habe immer inzwischen oder jetzt in letzter Zeit zumindest habe ich immer viele Andock-Punkte gehabt, wo ich halt sagen kann, okay, wenn ich da jetzt noch eine Stadt brauche zum Beispiel, dann wäre es sinnig, wenn die die und die und die und die Verbindung hat zu anderen Elementen in meiner Fantasy-Welt, die ich da habe, also das wird schon sehr dicht inzwischen. Klingo Games Kirk, ist das nicht schwer, immer wieder die Arbeit daran zu unterbrechen, um in ein anderes Universum zu springen? Kommt drauf an, ob ich die Absprungpunkte selbst wählen kann, das ist im Moment so, also ich hätte zum Beispiel jetzt diesen Pelleon auch eine Woche später schreiben können, das wäre kein Problem gewesen, dann kann ich ja wirklich bis zu einem Punkt schreiben, wo ich sage, so jetzt muss das, oder ist es günstig, wenn das bei den Vagabunden ein bisschen sackt und ich dann weitermache oder umgekehrt bei Roden, dann ist es überhaupt nicht schwer, sondern im Gegenteil eigentlich das Nutzen einer Zeit, die ich sonst sowieso nur abwarten würde, bis mir was Tolles einfällt. Das muss aber ja nicht immer so sein, also es kann tatsächlich dazu kommen, dass irgendwo etwas besonders Dringendes bei Perry Roden, falls mal ein Exposé sehr spät kommen sollte und sofort umgesetzt werden muss oder bei den Vagabunden, wenn ich da in Verzug geraten sollte und dann das praktisch erzwungen wäre, der Zeitpunkt, dass ich ins jeweils andere springe und das dann, sowas ist ätzend, das stimmt, das macht keine Freude. Ich habe übrigens, das konnte ich vielleicht auch noch erwähnen, ich ändere ja eigentlich permanent meine Arbeitsmethodik und habe jetzt erkannt, dass ich also ich schreibe vergleichsweise wenig oder wenig pro Tag, 15 Seiten, das ist für mich eigentlich nicht viel und ich glaube, dass das daran liegt, dass ich tatsächlich zu viel plane, also ich denke die Sachen sehr, sehr gründlich durch, bei den Vagabunden sowieso, aber das ist ein Makel, den tatsächlich auch bei den Perioden Romanen durchschlägt und ich merke, dass es eigentlich, dass ich da eigentlich zu lange drauf rumdenke, also oft ist das auch so, wenn man dann so eine Szene schreibt, den Anfang hat man ja meistens und dann sich das einfach entwickeln lässt, dann kommt man schon im natürlichen Fluss vorwärts und klar, wenn man jetzt gar nicht, wenn man zu wenig vorplant, dann trägt dieser natürliche Fluss ein irgendwo hin, wo man nie hin wollte, das ist natürlich auch schlecht, aber im Moment habe ich eher das gegenteilige Problem, dass ich sieben Wege durchdacht habe und den Weg, den ich dann umsetze, den hätte ich wahrscheinlich auch gefunden, wenn ich nur drei durchdacht hätte und dann mal probiert hätte, wie es denn losgeht. Ich hoffe, du änderst deine Arbeitsmethode nicht von Daedalus zu Icarus, das würde ich doch nie tun. Und dass Gucki bei den Vagabunden auftaucht, halte ich für ausgeschlossen. Mein Ziel war ja auch zu sagen, ich möchte neben der Arbeit bei Perry Gordon, was ja nun Hardcore Science Fiction ist, gezielt dann auch wirklich ein größeres Fantasy Projekt wieder haben, damit das eben nicht so aneinander reibt, sondern dass ich da wirklich ganz unterschiedliche Stimmungen, unterschiedliche Motive habe, die ich da verwende. Bis zum nächsten Mal.